Heute für euch, warum Bellatrix Lestrange Lord Voldemort verraten hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. Wann hat Bellatrix Lestrange jemals Verrat am Dunkeln Nord begangen? Das ist unmöglich oder nicht? Nun, ich kann dir versichern, dass sie gewissermaßen einen Verrat begangen hat, als sie heimlich die Reise mit ihrer Schwester Narcissa unternahm, um Hilfe bei Severus Snape zu suchen. Sie glaubte, dass er die einzige Person war, der sie vertrauen konnte. Als es um die Sicherheit von Draco ging, suchte Narcissa Snapes Hilfe ohne die Erlaubnis des Dunkeln Lords, da sie befürchtete, dass er sie ablehnen oder die Situation für ihren Sohn noch verschlimmern würde. Überraschenderweise begleitete Bellatrix ihre Schwester und ging sogar noch einen Schritt weiter, indem sie sich selbst einbrachte. Dabei setzte sie ihre Fähigkeiten als Zauberin für den unbrechbaren Schwur ein, obwohl sie genau wusste, wie sehr dies den Dunkeln Lord verärgert hätte, und wahrscheinlich seinen Zorn hervorgerufen hätte. Bevor wir mit dem Video starten, schau doch gerne mal auf dem Link in der Videobeschreibung vorbei. Dort findest du meine Patreon-Community, auf der du diesen Kanal sowohl unterstützen, aber auch wöchentliche Fanfiction exklusiv erhältst. Außerdem haben wir einen exklusiven Community-Discord-Server, wo wir uns zu der Zaubererwelt und Harry Potter austauschen können und uns allgemein unter Harry Potter-Fans etwas näher kennenlernen können. Schau also jetzt über den Link in der Videobeschreibung vorbei und liest dir die neue Fanfiction zum Raum des Wissens in Hogwarts durch. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Ansonsten legen wir direkt los. Es wird als Verrat in seinen Augen und in den Augen vieler anderer betrachtet. Die Frage, der ich heute also nachgehen werde, lautet, warum? Warum würde jemand, der so loyal und obsessiv wie Bellatrix The Strange ist, überhaupt in Betracht ziehen, das Risiko einzugehen, sich auf die falsche Seite von Lord Voldemort zu begeben? Wenn ich dir also sagen würde, du sollst dir nur einen Todesser aussuchen, von dem du glaubst, dass er auch nur im Entferntesten versucht wäre, Lord Voldemort zu verraten, würde ich behaupten, dass es keine einzige Person gibt, die Bellatrix The Strange nennen würde. Wie dem auch sei, der Punkt, den ich hier verdeutlichen möchte, ist, dass Bellatrix höchstwahrscheinlich am besten für ihre hingebungsvolle Unterstützung des dunklen Herrschers bekannt ist. Ihre Loyalität ist so stark, dass viele Menschen darüber hinwegsehen, dass sie tatsächlich Voldemort verraten hat, indem sie ihrer Schwester half. Einige könnten argumentieren und behaupten, dass dies kein Verrat sei, aber seien wir ehrlich, der dunkle Lord stimmt nicht gerne zu. Der eigentliche Zweck der Aufgabe bestand darin, eine Falle für Draco zu stellen, um ihn zu bestrafen. Sollte er ernsthaft versagen, vielleicht ihn sogar zu töten, um an Lucius Malfoy heranzukommen. Bevor wir uns damit befassen, werfen wir einen kurzen Blick auf Bellatrix, denn es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, was es für sie bedeutete, ein solches Risiko einzugehen. Hier haben wir eine Frau, die öffentlich in ihrem Strafprozess erklärte, dass sie bereit wäre, mit Freude im Gefängnis auf die Rückkehr ihres Meisters zu warten. Der Grund, warum sie überhaupt im Gefängnis war, besteht darin, dass sie zwei Auroren in den Wahnsinn gefoltert hat, während sie nach Informationen über den Verbleib ihres Meisters suchte. Sie hegte einen starken Hass gegenüber Halbblüter, Muggelgeborene und natürlich Muggel selbst und sie hatte keinerlei Skrupel, ihre Tage damit zu verbringen, sie im Namen von Lord Voldemort zu töten, nur um sich zu amüsieren. Das Problem mit Bellatrix liegt in ihrer zwanghaften Hingabe an Voldemort und dem, was sie bereit war zu tun, um ihm zu gefallen. Diese Hingabe kostete sie letztendlich ihre eigene Identität, da sie so viel Zeit damit verbrachte, in Voldemorts Schatten zu stehen. Daher war es völlig überraschend, als sie nicht nur die Befehle missachtete, die Draco gegeben wurden, um die Aufgabe selbst zu erledigen, sondern auch ihrer Schwester tatsächlich nach Spinners End begleitete, um Hilfe bei Severus Snape zu suchen. Obwohl sie Voldemort ergeben war, bedeutete das nicht, dass sie vor seinem Zorn sicher war. Sie kannte sein Temperament gut und wusste, was passieren würde, wenn der dunkle Lord herausfände, dass sie und Narcissa bei Severus Snape um Hilfe baten, um sicherzustellen, dass Draco geschützt wurde. Besonders da Voldemort klare Anweisungen gegeben hatte, die Aufgabe mit niemandem zu teilen, begann Bellatrix sogar damit, ihm Oklomentic und andere dunkle Zauberkünste beizubringen, um sein Arsenal zu stärken. Obwohl sie sein Wissen abschirmte, warum auch immer, er war schließlich ihr Neffe und sie liebte ihn trotzdem, trotz des Monsters, das Bellatrix darstellte. Ihre Liebe erstreckte sich auf auf ihre Schwester Narcissa, mit der sie viele Erinnerungen und Momente teilte. Selbst wenn sie es wollte, konnte Bellatrix diese Liebe nicht abschalten. Es gab eine Zeit, in der sich Bellatrix um ihre andere Schwester, Andromeda, kümmerte, aber es war viel einfacher, sie zu hassen. Andromeda hatte die eine Sache getan, die Bellatrix wütend machte. Sie wurde zu einer Blutsverräterin, indem sie sich mit einem Muggel vermischte. Diese Mischung aus magischem und Muggelblut empfand Bellatrix als so widerlich, dass sie sich gegen ihre eigene Familie wenden würde, wenn es darauf ankäme. Narcissa und Draco hingegen waren reinblütig und stolz darauf. Das bedeutet, dass Bellatrix keinerlei Motivation hatte, ihnen Schaden zuzufügen. Liebe war für Bellatrix auch eine Form von Oblutionismus. Es war offensichtlich, dass sie extrem an Snapes Engagement zweifelte. Als Todesserin versuchte sie, Snape unter Druck zu setzen, um zu sehen, ob er nachgeben würde. Doch Snape mit seiner Fähigkeit, Gefühle zu kontrollieren und zu verbergen, überzeugte Bellatrix nicht. Sie wusste, dass der unbrechbare Schwur den perfekten Schlussstrich ziehen würde. Betrachten wir die Situation aus ihrer Sicht. Sie wusste, dass die Aufgabe darin bestand, Dumbledore zu töten und dass Draco damit beauftragt war. Sie erkannte auch seine große Angst, obwohl sie ihn drängte, es selbst zu tun. Dennoch schlug sie den unbrechbaren Schwur als Sicherheit vor. Bellatrix stellte sicher, dass Snape sein Wort einhalten musste, sonst würde er sterben. Draco wäre geschützt und die Aufgabe der Ermordung von Dumbledore würde vollendet werden. Das alles bedeutete, dass der Zweck die Mittel heiligte, zumindest aus ihrer Sicht, eine ziemlich clevere Idee. Ich bin mir sicher, dass einige von euch nicht mit dem übereinstimmen werden, was ich jetzt sage. Und vielleicht interpretiere ich das auch ein wenig zu stark. Aber ich finde, dass Bellatrix das Risiko des Zorns ihres Meisters einging, zeigte wirklich, dass trotz ihrer Grausamkeit und Instabilität die Liebe zu ihrer Familie noch mehr bedeutete. Das unterstreicht auf gewisse Weise das Gesamtthema, dass Liebe alles besiegt. Liebe ist die mächtigste Form der Magie. Es zeigt auch, dass Bellatrix tatsächlich in der Lage war, selbstständig zu denken. Bellatrix hat eine eigenständige Entscheidung getroffen, ohne Voldemort zu benachrichtigen. Das zeigt mir, dass sie in der Lage ist, Pflicht und Familie zu trennen, solange es keinen vertretbaren Grund gibt, dies nicht zu tun. Wie bereits erwähnt, war Bellatrix bereit, Familienmitglieder zu töten, die nicht den reinmütigen Prinzipien entsprachen, die die Black-Familie verlangte. Ein Beispiel dafür ist der Mord an ihrer Nichte Tonks und die Zurückweisung ihrer eigenen Schwester, weil diese gegen alles verstieß, wofür die Black-Familie stand. Dieses Beispiel regt wirklich zum Nachdenken an. Bellatrix ist letztendlich ein Mensch und wird in gewissem Maße diejenigen schützen, die es wert sind, solange es nicht im Widerspruch zu Voldemorts Kampagne oder Überzeugungen steht. Selbst als es darum ging, dass Draco Dumbledore töten sollte, hätte Bellatrix nicht geduldet, dass einer der anderen zögert, sondern hätte ihn garantiert beschimpft oder bestraft. Obwohl dieser Verrat nicht auf dem Niveau der offenen Verurteilung von Voldemort steht und das Ansehen seines Schadens nicht das wäre, was Bellatrix beabsichtigen würde, zeigt er sich dennoch, dass sie lieber selbst sterben würde, als so etwas mit ihrer Familie zuzulassen. Aber wie auch immer, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es war etwas außerhalb der gewohnten Perspektive, da es nicht wirklich klar ist, dass Bellatrix jemals etwas tun würde, was ihren Meister verärgern könnte. Aber wie immer ist natürlich euer gutes Recht, anderer Meinung zu sein, also schreibt gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und das war's mit diesem Video. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir wie gesagt gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Schaut auch gerne bei meinem Patreon vorbei, dort findet ihr echt coole Dinge. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.